hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei minecraft let's play so wir sind dabei und brennen kräftig glas das nehmen wir gleich mal raus hier und werden mal ein bisschen glas setzen muss man mal die fenster drin haben gefällt mir so nicht wir machen das anders da mit dem glas zwar machen wir das folgendermaßen dann brauchen wir nämlich auch nicht so viel dann reicht es vielleicht ja das gefällt mir schon ein bisschen besser was wir dann auch noch gleich gucken werden ist heroische musik heute morgen dass wir noch ein bisschen fichtenholz ring weil ich möchte hier nämlich ein fichtenholzdach drauf machen auch ein freien irgendwo habe ich schafe gesehen das weiß ich noch was man jetzt auch mal noch machen werden ist nebenbei ist so lange mal hier bauen wir brauchen ein bisschen getreide weil ich möchte ja hier auch ein paar tiere her bekommen das machen wir gleich mal und zwar folgendermaßen wir brauchen eine hohe machen wir nicht machen wir auch stein wie waren das machen wir eine stein hoch ok dann gucken wir mal wir könnten und sondern da ist ja auch da wären wir gleich mal wieder wo haben wir denn die nicht da wo wissen die nein habe ich die jetzt etwa in der höhle unten gelassen ich drehe durch ok wir gehen wir schnell in die höhle und holen unsere axt wieder raus ich mann warte mal schnell weg mit dir mit dir hier auch weg wir werden nicht hier nehmen ich mal kurz ein feld anlegen hoffe ich habe das hier vor mir jetzt untergehen in die höhle machen wir mal kurz hier ein bisschen getreide fällt habe ich natürlich nicht dabei warte mal stopp so waren wir mal getreide hier ja das ist jetzt mal das noch da reinräumen bogen könnten wir uns auch mal machen aber das ist das wieder typisch weiß ich ich gehe total unvorbereitet auf so eine reise ja und nämlich mal jetzt dings mit wir heißt wir machen das mal ein bisschen größer hier weil ich habe auch noch ich höre eine hexe weil ich habe auch noch vielleicht können wir uns einen bogen basteln warte mal und zwar machen wir mal hier das getreide und dann müssen wir dann auch mal gucken wo die hexe ist nämlich eine hexe eine hexe ist nicht gut die baumwolle hier baumwolle, seetank, birne, weiden, setzling wir pflanzen mal noch die baumwolle an und dann gehen wir runter und holen unsere holzachs wieder aus der höhe hoch das kann ja nicht sein dass mir da die das noch rohkolben sonst hat man nichts grad wo man noch anpflanzen können wir gehen ja wir gehen da runter und holen unsere holzachs die bestimmt da in die kiste reingemacht da unten nein wo ist die da ist sie oh man ok ja ich wollte mal gucken was da drin ist so da haben wir wieder fledermausi so ihr seid schön am wachsen und da holen wir fichtenholz weil dann können wir nämlich dann auch bald das dach anfangen fichtenholz und da fichtenholz war es ja nicht ne na viel fichtenholz war es ja nicht ne ähm ähm wir brauchen ein paar türen machen wir mal sechs türen mal ein bisschen groß da einräumen da ist noch weizen äh was ist denn das hier schilfrohrkolben winziges sief so braucht man winziges sief verstehe ich nicht blaubeeren die können wir auch einpflanzen pfeilchen und dann noch birne seetank pilz spargel kommen wenn wir schon da haben dann pflanzen was ein so einmal und speichel und hier ist noch das der weizen okay dann könnt ihr mal wachsen und hier kommen noch ein paar fichtenholzschätzlinge hin hier und hier hier und du musst wachsen okay mhm was haben wir denn jetzt was wir gerade nicht brauchen das kommt weg die türen haben wir gemacht dann setzen wir gleich mal die türen ein einmal zweimal zack und hier eine tür und hier eine tür und hier eine tür und hier und hier eine tür so und wir haben noch glas glas und da kommt glas rein und da kommt glas rein und hier und jetzt haben wir kein glas mehr aber wir haben noch was im Ofen und es ist ja Zeit zum schlafen gehen gute nacht werden wir jetzt anfangen das dach zu machen wie sieht es hier aus ist da nochmal ein baum gewachsen ne kein fichtenbaum gewachsen das ist ja bedauerlich das dach machen wir klassisch aus fichtenholzbrettern so und wir nehmen noch erde mit wir haben wir ja brauchen dachbau ist ja nie so das spannendste überhaupt aber was soll's wir brauchen halt ein dach ja wir machen uns jetzt hier mal einen aufgang genau hier und dann kommt hier ein erbrümpel hin und was war noch warte mal ich hab wo ist meine schaufel und zwar machen wir folgendes das hier einmal wir machen erstmal 40 übertreiben es nicht so und zwar und zwar lass mich mal überlegen wie machen wir das am besten wir haben ich brauche fichtenholz bringt alles nichts haben wir noch knochen ne haben wir nicht es ist ja extrem blöd dass wir jetzt kein fichtenholz gerade haben ok wir machen das mal anders ne ich brauche fichtenholz es bringt alles nichts hier können wir aber mal das machen einmal zweimal zweimal so das ist das und haben wir mal das hier so weit zu und hier machen wir dasselbe einmal zweimal ok fichtenholz 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 ich kann ja auch noch mal auf reisen gehen und gucken dass man noch mal ein bisschen fichtenholz kriegen oder was anderes aber ich möchte jetzt nicht schon wieder ewig unterwegs sein was ist denn das hier rubberwood gibt hier nur diese weidenholzbäume da war ich ein bisschen zu voreilig das alles zu zerlegen wie sieht es denn hier aus warum wolle es braucht auch noch ewig ok ich würde sagen jetzt was ist das rubberwood keine ahnung da ist lava da ist ja lava aber keine stehende wo bist du da mehr zwei knochen das ist gut und vielleicht kriegen wir noch ein paar skatterte vielleicht machen wir mal eine nacht durch das mal ein bisschen äh dings kriegen das ist keine stehende lava da werden wir kein dings rauskriegen das ist so ein kleiner vulkan hier eichenholz eichenholz fichtenholz hmm was haben wir denn da wohnt hier zufällig eine kleine hexe wo gucken wir uns doch mal an hallo keine truhe hier ok naja wollen wir ihr haus mal nicht kaputt machen können sie aber ärgern und einsperren so ok naja es gibt hier nur dings dann gehen wir jetzt wieder zurück und hoffen wir dass vielleicht jetzt ein paar bäume gewachsen sind und dann und dann gucken wir mal bei uns auf der straße ist mal wieder der teufel los naja das ist ja keine sehr produktive folge gewesen wir haben auf jeden fall mal dass die scheiben drin und naja ich werde wahrscheinlich jetzt dann mal zwischen den folgen weil das möchte ich euch nicht antun ich werde das dach bauen ja ich werde das dach bauen und ja wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder bis dann ciao